Da drüben an den Bäumen sitzen sie. Einen habe ich mit der Edge Art. Willkommen zurück Leute bei Heroes and Generals. Heute mit Sven und Markus. Was für ein Zufall. Servus. Diesmal nur aus meiner Perspektive die erste Runde. Die zweite Runde nimmt dann Sven auf. Dass wir jetzt ja nur noch einen Kanal haben. Machen wir das jetzt im Wechsel. Ja mal Markus, ich habe ein Auto besorgt. Ja dann warte ich mal auf mir. Ja dann komm du mal hier. Ja. Ja wir machen mal so. Da bin drin. Gebt das Markus hat die Karte. Nein. Nein. Wir haben jetzt alle die Karte. Ja ich hab die Karte im Fahrrad bei Auto. Und ich fahre dabei nicht mal gegen den Stein. Wir haben jetzt auch alle. Nein hör mal auf alle die Karte zu nehmen dann sehe ich nichts mehr. Der dritter hat auch die Karte genommen. Ja das war ich nicht. Oh ich habe Chauffeur bekommen. Oh ja. Können wir jetzt meine Punkte hier erobern bitte. Wo ist denn hier der Eingang? Du sollst halt aussteigen vor Ort. Ja dann steig halt aus. Oh ja wir werden erobern. Wir haben gleich mit dem Panzer reingefangen. Der hat mich gerade überfahren nur. Der hat mich reingeschoben und dadurch erobern ich jetzt doch. Aus dem Auto raus. Was? Geile Lichteffekte hier. Da komm Futur weiter geht's. Ja das Panzer geht weg. Was? SCG zu Cover? Wow ich kann mich. Ich kann mich nehmen. Super. Kann ich auch während des Fahrens das ist richtig lustig dann fest aus der Ego Perspektive und alles wackelt und davon ist ein Fahrrad. Fahrrad. Schießen. Ich bin erschossen worden. Ich wurde gehatchert von dem hier im Schützen. Aber Markus wird auch zwei Stücke gehatchert. Drei alter. Boah ich weiß. Alter einen hab ich mitgenommen. Ne zwei nur. Was nur zwei. Ich hab noch einen. Die muss ich gesagt haben dass du gekillt hast. Wir haben das Auto aufgehalten auf jeden Fall. Sicherheitshalter. Ja ich dachte ich hab den auch am Fahrrad noch gekillt aber. Ja und mein Auto steht da vorne immer noch. Das heißt ich kann da vorne einfach wieder einsteigen. Da fährt schon wieder das nächste Auto. Ist jetzt. Wenn wir da hinkommen kannst du es gerne nehmen von mir aus. Das ist mir wurscht. Ja ich bin schon wieder fast da. Was sind denn ihr Auto jetzt. Das fährt da drüben im Gebüschwamm. Na da komme ich nicht hin. Ansagen ist zu stark da. Wir müssen jetzt aber zusammen bleiben. Wenn wir mit nur Eier tief aufnehmen. Dass man ein bisschen was sieht. So ein Teamplein. Angriffsbefehle. Was. Wir haben den Commander der uns gerade gesagt hat dass wir B3 angreifen müssen. So ein Schlaumeier. Doch gut. Es gibt nur B3 von unserer Linie aus. Na einer wo Ahnung hat heißt das. Nichts. Am Commander widerspricht man nicht. Ja tue ich ja nicht. Ich habe ihm recht gegeben. Mir widerspricht man auch nicht. Oh da liegt einer. Wo. Wo liegt einer dann schieß ihn ab? Links. Einer hat schon vorhin auf mich geschossen. Aber der hat sich. Und einer liegt noch da hinten in dem Weltschen. Ja ich erober jetzt einfach. Dankeschön. Stürmen. Ein Gegner ist drinnen. Sorry. Mir verdiene ich abgeschossen. Mir verdiene ich abgeschossen. Du bist vor mich gerannt. Achtung dass noch einer bin tot. Ich bin auch tot. What the fuck hat der für eine Waffe? Die M1 wieder. Die M1 wieder. M1 wieder. Ja Markus ich spawn mal wieder ein Fahrzeug. Ja warte. Ich bin drei Sekunden da. Nein. Na ist schon wieder kaputt. Kutter ist schon wieder gegen die Wand gefahren. New Attack war da. Oh scheiße. Wahrscheinlich. Das war ein Panzer. Dreck vor uns auf der Straße Markus. Da läuft einer. Rechts auf der Straße. Jetzt ist er tot. Da ist ein Fahrrad. Da ist noch ein Fahrrad. Da hinten liegt's. Sorry sorry sorry. Ich muss in Deckung. Da ist ein Panzer. Steigen aus. Boah scheiße. Hockt einer in einem Dreckshaus anschein. Oder nicht der Panzer? Ich weiß es nicht. Boah der Panzer steht zwischen uns am Spawn und dem Punkt schon wieder. Trinkt schon wieder an wie letzte Runde. Okay ist dann eine Panzerfaust drin. Eben. Aller Panzerfaust und dann gehen wir Panzer jagen. Ah Panzerfaust. Wo? Markus dann steigen. Wo? Ja weiter halt ich will auch eine Panzerfaust. Ja da drin. Wo? Da hab's vorbei gelaufen. Boah. Nee. Aller Tür links. Ja kannst du mal Arschzeugen. Ich kann hier drücken dann da und auf nachrüsten. Ich hab da hinten noch das Nachrüstungspleck liegen. So ist vielleicht die einen Panzerrand aber. Ja wo ist der? Da war direkt vor links. Da war ich so schnell ich kann. Anvisieren. Ich lenke ihn ab. Toll. Ich hab mir erwischt. Ich nicht. Ich bin einfach gegen ihn gefahren. Lauf. Ich glaub ich hab ihn eingeparkt. Er kommt nicht weg ich hab ihn wirklich eingeparkt. Ich wurde gehandshotted. Ich wurde gehandshotted. Ich wurde gehandshotted von hinten. Der Gotta. Ich apte. Ich hab mir selber so zu markieren. Alle. Das sind zwei Stück. Wo? Sein Scheiß. wo bin ich jetzt eigentlich getroffen ich bin ich denn weg was geht mit dem knipser alter ja die sind okay er hat uns alle weg knipser warum ist mein fahrzeug er da ist wer so nicht verarschen da wollen wir jetzt mal ja wartet halt ich wurde ich gerade von dem arsch der welt gespawnt alter weggespawnt der arsch der welt ist da hin was ist das darstellt was du wieder wille kommen hast du das foto was ein rumgeguckt wie trifft dieses auto ja ich will mir den punkt wir haben den punkte schon angefangen einfach rein jetzt wir können da nicht einfach ein bäumen sitzen so ein habe ich mit der chart hat mich drin und der ober der knipser oder hat mich macht dass ich gehen nach oben ok hier doch mal ich kann von ihr capture nein kann ich jetzt kein fahrzeug in die tür einschießen ja wir kämpfen aber das andere b auch gerne schneller sicherst die tür ich sicher die tür da ich habe die wo ich hin ziel halt okay ich ziehe alle beide schalten natürlich haben wir das nicht auf video was haben wir nicht auf video wieder vor wieder gewascht zeit ohne mich ja weil du ausgestiegen müssen auf räume schießen wollte ich habe eingetötet ja dann hättest du später getötet hat baum getötet oh nein was du da unten eigentlich meine granate ja jetzt kommt der motorrad die nächste granate wieder granate oh fuck ich wurde erwischt aber ich bin aber in dem punkt oder ja und oh jetzt bin ich da ich bleibe hier oben und ich habe mit dem motorrad einem aus dem auto rausgeschlagen jetzt hat mich die granate im oberen stockwerk getötet ich dachte puls dinge sind sicher und so gut verteidige das sind zwei stück oder drei stücke ist drin du sagst du mir jetzt wo ich rein rennen ja ja auch mal wieder zu fuß glaube ich draußen steht mit motorrad nehmen das ist cool da steht nur ein fahrrad das tut da ein foto das ein auto nein habe ich nicht doch da hast du doch ich hab's gesehen jetzt gibt gas für den punkt da vorne ich bin gleich tot ich gehe mal lieber entdeckt da kam der schuss schon über mich drüber ich frage mal die mädchen im johann bis hin nach links aber so baum scheiße putter zauern das ist ein panzer das ist genau panzer ich begrüße es noch ein panzer schießt auf dich mal achten wir es aus sich alter wie viele siebte das ist noch nie ich habe ihn oben an der nächste hat mich jetzt geholt irgendwo dahinten liegt hier wieder einer aber ich hab den panzerfahrer gekillt juhu ich bin durch ich bin durch jungs gut gemacht dann capture den punkt jetzt nimmst du auf wo bin man noch man der panzer schießt hier wieder von seinem punkt das scheiße mag es aufsteigen er ist so ich bin nicht ich bin sportlich köln und hier zu holen damit steht halt ja ich muss auch wenn ich hieß ein panzer auf mich steck mich mal die deckung die doch nicht doch doch nicht so die schützen weil ich dürfte nein ja er hat er kommt wo er wurde in die Luft ich bin ich nicht erledigt worden so bestimmt der panzer die kohle aus der reise von der karlowel sollten jetzt stören wir das Ding mit Granaten können nämlich auch es kann abziehen und schrecklings reinwerfen immer links ich habe schon einen gesehen von denen ich bin bei o2 angreifen können ohne dass wir b2 haben ist einfach mal viel zu weit gefahren viel viel zu doch ich kann auch zwei capture das auto warum kannst du zwei kippchen weil die o2 capture ja aber wir haben keinen sponten ist doch mir was ich schließe mal auf ne ich kann fahren nein kann ich